Barbara O'Neill verrät die Lösung Nummer 1, um ihr Leben zu verändern – verstopfte Arterien sofort reinigen. Es ist eine schockierende Statistik, die Sie vielleicht schon in den Medien gehört haben. Verstopfte Arterien führen jedes Jahr bei mehr als 18.000.000 Amerikanern zu Herzerkrankungen. Herzerkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Amerikanern. Das ist eine erschreckende Statistik und sie ist besonders alarmierend, wenn Sie selbst einige der ersten Warnzeichen verspüren. Atemnot, enge Gefühl in der Brust oder Müdigkeit, die immer schwerer zu ignorieren sind. Die eigentliche Frage ist, wissen Sie, was Sie gegen diese stille, aber tödliche Krankheit tun können? Entdecken Sie diese wirkungsvolle Technik, um Ihr Leben zu verändern und Ihre Arterien zu reinigen. Erstens, Natto-Natto ist ein traditionelles japanisches Gericht aus fermentierten Sojabohnen. Es enthält ein Enzym namens Natto-Kinase. Natto, ein traditionelles japanisches Gericht aus fermentierten Sojabohnen, enthält ein Enzym namens Natto-Kinase. Dieses leistungsstarke Enzym baut Fibrin ab, ein Protein, das zur Bildung von Blutgerinnseln beiträgt und dazu führen kann, dass sich Calciumablagerungen in den Arterien ansammeln. In einer im Journal of Nutritional Biochemistry veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass 100 Gramm Natto zwischen 2000 und 4000 fibrinolytische Einheiten, FU, des Natto-Kinase-Enzyms enthalten. Dies macht Natto zu einer wirksamen Waffe gegen verstopfte Arterienwände. Das bedeutet, dass nur eine winzige Menge Natto erforderlich ist, um eine gesunde Blutzirkulation aufrecht zu erhalten, was daraufhin deutet, dass die Zugabe von Natto zu ihrer Ernährung ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit verbessern wird. Das National Center for Biotechnology Information stellt fest, dass Natto-Kinase auch zur Senkung des Blutdrucks beiträgt. Dies kann die Gesundheit der Arterien fördern, da es die Belastung der Blutgefäße verringert. Natto-Kinase ist ein biochemisches Enzym, das Fibrin auflöst, um eine reibungslosere Blutzirkulation zu ermöglichen. Dieser Vorgang wird als Fibrinolyse bezeichnet und ist wichtig, um Arterienverstopfungen zu verhindern. Studien haben auch gezeigt, dass die regelmäßige Einnahme von Natto-Kinase die Dicke der Arterienwand verringert und die allgemeine Durchblutung verbessert. Jüngste Forschungsergebnisse haben schockierende Erkenntnisse zutage gefördert, die daraufhin deuten, dass Natto-Kinase genauso wirksam sein könnte wie einige verschreibungspflichtige Blutverdünner. Dies macht es zu einem sehr wichtigen Lebensmittel für Menschen, die einem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgesetzt sind. Beachten Sie diese Tipps für optimale Ergebnisse. Nehmen Sie Natto zuerst abends ein. Einige Studien deuten darauf hin, dass Natto-Kinase während des Schlafzyklus des Körpers wirksamer ist. Zweitens kann die Kombination mit Vitamin K2 reichen Lebensmitteln wie Blattgemüse die Wirkung verstärken. Vitamin K2 leitet Calcium in die Knochen, anstatt es sich in den Arterien ablagern zu lassen. Sie können auch ein einfaches Rezept ausprobieren. Mischen Sie Natto mit einem Esslöffel Miso-Paste und fügen Sie etwas Sojasauce und Frühlingszwiebeln hinzu. Diese Kombination verbessert nicht nur den Geschmack, sondern auch die Vorteile von Natto, Miso und Sojasauce. Zweitens schwarzer Knoblauch. Es mag unkonventionell sein, aber die herzgesunden Vorteile von schwarzem Knoblauch sind erstaunlich und es lohnt sich, sie zu erforschen. Dieser fermentierte Knoblauch hat einen deutlich höheren Gehalt an Antioxidantien, insbesondere an einer Verbindung namens Salialcystein. Schwarzer Knoblauch enthält etwa 1,5 Lnacac pro 10 Gramm. Diese Verbindung wird mit einer verbesserten Herz-Kreislauf-Gesundheit in Verbindung gebracht. Laut der American Heart Association, AAA, reduziert SAC Entzündungen und oxidativen Stress in den Arterien, die maßgeblich zur Plagg-Ansammlung beitragen. Eine in Phytochemistry Research veröffentlichte Studie ergab, dass der Verzehr von schwarzem Knoblauch den LDL-Cholesterinspiegel um bis zu 15% senken kann. Dies wirkt sich direkt auf die Gesundheit der Arterien aus und verhindert die weitere Ansammlung von Calcium-Plags. Der biochemische Mechanismus von SAC ist von entscheidender Bedeutung. Er neutralisiert freie Radikale, die sonst Entzündungen und Schäden an der Endothelauskleidung der Arterien verursachen würden. Schwarzer Knoblauch schützt diese Zellen und trägt dazu bei, die Flexibilität der Blutgefäße zu erhalten. Beachten Sie diese Tipps, um das Beste aus schwarzem Knoblauch herauszuholen. Versuchen Sie, ihn zuerst roh zu essen, da so die meisten SAC erhalten bleiben. Kombinieren Sie schwarzen Knoblauch mit Olivenöl und Salatdressings, um seine cholesterinsenkende Wirkung zu verstärken. Das gesunde Fett im Olivenöl kann helfen. Mischen Sie eine rohe Knoblauchzehe mit zwei Esslöffeln Öl und einem Spritzer Zitronensaft, um ein schnelles, gesundes Dressing zu erhalten, das Sie über Ihr Lieblingsgemüse träufeln können. 3. Paranüsse Paranüsse sind nicht nur ein leckerer Snack. Sie sind vollgepackt mit Nährstoffen, die für die Gesunderhaltung der Arterien unerlässlich sind. Eine einzige Paranuss ist voller Selen. Sie enthält mehr als 545 Mikrogramm, was 900% der empfohlenen Tagesdosis entspricht. Das American Institute for Cancer Research betont die antioxidative Wirkung von Selen, das die Arterien vor oxidativem Stress schützt, der zur Bildung von Plagg führen kann. Untersuchungen haben gezeigt, dass Selen mit einem verringerten Risiko für koronare Herzkrankheiten in Verbindung steht. Eine in Circulation veröffentlichte Studie zeigte, dass höhere Selenwerte mit einem niedrigeren Cholesterinspiegel und einer geringeren Arterienverkalkung korrelieren. Selen hat eine wichtige biochemische Funktion. Es hilft bei der Bildung antioxidativer Enzyme wie Glutathion, das freie Radikale bekämpft und Arterienwände schädigt. In einer 2017 im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichten Studie hatten Personen, die viel Selen zu sich nahmen, ein um 34% geringeres Risiko für Herzerkrankungen. Vorteile von Paranüssen Befolgen Sie diese Tipps, um die Vorteile von Paranüssen zu maximieren. Nehmen Sie nur ein oder zwei Nüsse pro Tag zu sich, um eine Selenvergiftung zu vermeiden, die durch übermäßigen Verzehr verursacht werden kann. Probieren Sie dieses einfache Rezept aus, um Paranüsse in Ihre Haferflocken oder Ihren Joghurt zu geben und sie auf leckere Weise zu genießen. Es verleiht Ihrem Frühstück nicht nur einen köstlichen Crunch, sondern fügt auch herzgesundes Selen hinzu. 4. Hibiskus-Tee Hibiskus ist mit seiner leuchtend roten Farbe und seinem würzigen Geschmack mehr als nur ein wohlschmeckendes Getränk. Er ist ein wirksames Mittel zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Gesundheit. Hibiskus-Tee ist reich an Polyphenolen und Anthozyanen. Er senkt nachweislich den Blutdruck und den Cholesterinspiegel. Eine Studie im Nutrition Journal zeigte, dass Personen, die täglich Hibiskus tranken, einen Rückgang des systolischen Blutdrucks um 7,2 mm Hagran und eine signifikante Senkung des LDL-Cholesterins verzeichneten. Die biochemische Wirkung der Anthozyane aus Hibiskus ist nicht zu unterschätzen. Diese Verbindungen wirken aktiv, um oxidativen Stress in den Arterien zu reduzieren und Entzündungen vorzubeugen. Beides trägt zur Plackeentwicklung bei. Hibiskus-Tee hemmt die Oxidation von Cholesterin und hilft, die Blutgefäße sauber zu halten. Der regelmäßige Verzehr von Hibiskus wird mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Er ist eine wichtige Ergänzung für jeden herzgesunden Lebensstil. Beachten Sie diese Tipps für optimale Ergebnisse. Kalter Hibiskus ist eine großartige Möglichkeit, seinen Geschmack und seine Wirkung auf die Senkung des Cholesterinspiegels zu verstärken. Fügen Sie dem Mix eine Zitronenscheibe hinzu, da Vitamin C dafür bekannt ist, die Aufnahme von Anthozyanen zu verbessern. Für eine besondere Note können Sie Hibiskus-Tee auch eisgekühlt zubereiten. Machen Sie eine starke Portion Tee, fügen Sie Honig nach Ihrem Geschmack hinzu und kühlen Sie ihn dann im Kühlschrank. So entsteht nicht nur ein köstliches, herzgesundes Getränk, sondern es wird auch der regelmäßige Verzehr gefördert. 5. Lachs Lachs wird oft als Superfood angepriesen, wenn es um die Herzgesundheit geht, und das aus gutem Grund. Dieser fettreiche Fisch enthält Omega-3-Fettsäuren, insbesondere EPA und DHA. Diese sind wichtig für die Reduzierung von Entzündungen und die Förderung einer gesunden Durchblutung. Wild gefangener Lachs in einer Standardportion von 100 Gramm enthält 2260 Meter Raben Omega-3-Fettsäuren. Das ist deutlich mehr als die Empfehlung der American Heart Association von 1000 Milligramm pro Woche für eine optimale Herzgesundheit. Eine im Journal of the American College of Cardiology veröffentlichte Studie ergab, dass der regelmäßige Verzehr von Omega-3-Fettsäuren mit einem um 30 Prozent verringerten Risiko für koronare Herzkrankheiten verbunden ist. Dies unterstreicht die wichtige Rolle, die Lachs bei der Verhinderung von Plagg-Ablagerungen spielt. Omega-3-Fettsäuren haben eine faszinierende biochemische Wirkung. Sie wirken, indem sie die Produktion von Triglyceriden reduzieren, den Blutdruck senken und die Endothelfunktion verbessern, die für die Erhaltung gesunder Arterien von entscheidender Bedeutung ist. Forschungsergebnisse der American Heart Association deuten darauf hin, dass Omega-3-Fettsäuren sogar arterielle Plags reduzieren und die Reaktion des Körpers auf Entzündungen verbessern können. Beachten Sie diese Tipps, um das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen. Wildgefangener Lachs ist besser als Zuchtlachs, da er einen höheren Omega-3-Gehalt und weniger Schadstoffe aufweist. Wenn Sie den Lachs grillen oder backen, können Sie seine gesunden Fette erhalten, ohne schädliche Öle hinzuzufügen. Lachs, der mit Zitronensaft, Dill und etwas Öl gebacken wird, ist ein einfaches, aber köstliches Rezept. Dieses Rezept verleiht nicht nur Geschmack, sondern liefert auch eine gesunde Dosis Omega-3-Fettsäuren sowie andere Nährstoffe, die Ihre Arterien sauber halten. 6. Rote Beete Rote Beete können eine großartige Ergänzung zu jeder Mahlzeit sein, aber sie sind auch eine starke Quelle für die Herzgesundheit, da sie einen hohen Gehalt an Nitraten aufweisen. Eine 100-Gramm-Portion Rüben, die in Wasser gekocht werden, enthält 250 Milligramm Nitrate. Dies kann sich erheblich auf den Blutdruck und die Gesundheit der Arterien auswirken. Eine in Hypertension veröffentlichte Studie ergab, dass Personen, die Rübensaft konsumierten, innerhalb weniger Stunden einen Blutdruckabfall von bis zu 10 mm Quecksilbersäule erlebten. Diese schnelle Wirkung lässt sich auf die Umwandlung von Stickstoff aus der Nahrung in Stickstoffmonoxid im Körper zurückführen, wodurch die Durchblutung erhöht und die Blutgefäße entspannt werden.